Moin Kinder, es ist wieder soweit, das Jahr ist fast rum, das heißt für euch, es steht der Monat des Whiskeytainments an, oder Months of Whiskeytainment. Ein Monat lang, jeden Tag mindestens ein Video, natürlich weil ich einen Adventskalender habe, es wird Shorts geben, es gibt Produkttests, also alles was mit Whiskey und so zu tun hat. Es gibt noch mindestens, ich glaube, warte, ich habe, doch, ich habe sechs Geschenke-Videos abgedreht, schon vor zwei, drei Wochen, die kommen auch noch. Drei Stück habt ihr davon ja schon gesehen, jetzt kommen noch die nächsten, unter anderem auch bei CheapMrZ, also auch mal da reinschalten. Wir haben noch Livestreams, wir bauen noch Lebkuchenhäuser, der FriendlyMrZ-Award kommt, die Flop-Liste des Jahres und, 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 und. Das ist ja fast wie beim Seehund, ne? Genau, also, freut euch auf einen Monat voller Whiskeytainment, Spaß, Spannung, gute Laune und Unterhaltung. Wichtig für alle, die hier keinen Bock haben, permanent E-Mails zu bekommen, macht einfach für den Dezember die Glocke aus, denn sonst könnte es vielleicht ein bisschen viel werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Dezember, ich freue mich auf euch und ich glaube, da wird eine ziemlich geile Zeit. Bis dahin, euer FriendlyMrZ.